Nein! Ein kleiner Tipp, das war jetzt kein Replay von vorhin, das war einfach ich. Soll du nicht stirbst, äh, lalalalalala, ich hab Angst, dass ich wieder gegen die Leiter springe und sie macht schon wieder den einen, sie macht schon wieder den, ah, ich hab schon nicht fest, sprung. Wie soll ich da um Gottes Willen runterkommen? Bitte nicht wieder da oben. Nein! Du sollst da nicht hin! Hat man dir nicht beigebracht, in die Richtung zu springen, in die du auch wirklich schaust? Ich meine, komm, seien wir mal nett und springen direkt ins Wasser, ich Idiot. Ah, sag nicht du stirbst da, ey. Ne, falsch, das ist die, das ist Defto und Hoffnung. Licht aus, wir wollen ja immer noch den Strom sparen. Ne, falsch! Nein! Mann! Mann, ich weiß, da bin ich noch ein. Mann, wo ist das? Ah, hier. Nein, komm her! Nichts! So! Grill! Scheiße. Ernsthaft. Die ein, zwei Heile von Anfang an, die sind mir sympathisch, weil die einfach, die gucken und ich zähle auf die Hohen ab. Und die da, als ob das, als ob die Folien, die da unten sind, die wissen, dass ich die Karten machen kann. So. Und was passiert jetzt? Oh. Pferd sieht ich halt. Boah, was für eine große Hand und Lichter. Kommt aber jetzt ein Kragen, oder? Okay, wir hatten schon den Kragen. Ja, vielleicht haben wir ja noch mehr Kragen. Oder vielleicht schwimmende Yetis, wer weiß, die auch noch tauchen können. Ich dachte, wäre das Spiel doch ziemlich interessant. Mit schwimmenden Yetis. Oh, nicht schon wieder so eine Drei-Wege-Scheiße war. Weil, letztens habe ich gesehen, beim Schneiden dachte ich mir, ja, geh da hinten später lang, da hast du ja noch. Du gehst bestimmt in die Sackgasse, war der richtige Weg. Das ist bestimmt hier auch so. Ich habe echt keinen Punkt mehr geguckt, seitdem die Sackgasse bei den Maja nicht mehr weiter kam. Und wer kommt schon auf diese... Wer kommt auf so eine Idee, das Rest so zu platzieren. Aber hier kommt irgendwie weiter. Und wenn das jetzt echt der richtige Weg ist, von Anfang an, dann denke ich mir, wow. Ist das einfach nur Glück? Wett nicht, ich hätte hier... Nicht lang gekonnt. Cool! Ah, wie das soll. Ich nähere mich meinem Ziel, weil die Musik immer lauter wird in meinem Kopfhörer. Also, Kopfhörer. Neues Deck jetzt nicht, der hört jetzt irgendwie Sachen, die wir nicht hören. Ja, ich habe ja auch gesagt, die wir definitiv nicht hören werden. Da ist Nächster. Hier lang. Jetzt kommt ein falscher Weg, geh wieder zurück. Ich schwimme wieder zurück. Stimmt, schwimme. Ah, wenn ich mich jetzt hier verschwimme, ne? Tja, das sagt mir schon mal, da geht es nicht mehr weiter. Wie viel hat die jetzt aufgehoben? Mindestens fünf Stück. Geht es recht in bar. Schaut euch mal vor. Solche fünf Steine. In... ...den Rucksack, wo... ...die... ...zwei Sauerstoffflaschenklepp, ...die Harpune, Thor's Hammer... Das hat... Oh, wie war es von... Na, was? Komm auf die dunkle Seite der Macht. Empty. Ja, jetzt mal aufhören, ne? Auf die dunkle Seite der Macht, mein Sohn. Und... Ja, Zombies kloppen. Aber ich glaube, hier ist ein Hammer. Na, ich muss schwimmen. Wie kann die... ...da hinfliegen? Das ist eine schlechte, schlechte Auflösung. N, G, T, R, A, D, D. High Definition... ... caboach. Läuah. N, G, T, R, ... W, M, N, G, T, R, A. Wie fliegt die rind? Ich meine, die kann nicht ins Wasser fliegen, oder? Okay. Ich habe noch eine Heil draußen gelassen. Kommt nur, kein Problem ist mit euch Hör euch hier Wo seid ihr da unten? Yeti Nach der Fährhaus So, Hilfe Nein, 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 aber bis später Nein, nein, nein Denn wir haben ja Ziele Schätze Der Yeti kann mich mal Wenn der Yeti will, kann der hochkommen Ach, die können da laufen, yo Ja, ich Yeti, wo bist du? Ich hab ne Idee Seines Willkommensgeschenk Wappen Hohohoho Bevor der dich noch kriegt Jetzt beginnt das große untrückige Knoche Nöööööhh NöööööööGE Nöööö 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 de Ey, das war's schon? Ey, ich bin derpass Hallo Leute, das ist ja wohl ein Peine-Mädchen. Ach, ich dachte, man muss so gut was da ist. Ja, schnell auf die nächste Hütte. So ist es? Hüah! Oh, kommt hier. Ja! Nice. Aua! Hau ab, X-X-F! Es durchgeht, es durchgeht! Es scheint mir bald zu zogen. Oh, der Klassiker Einschlachtung ist beinahe tot. Gut, ja, das sind die. Auf die freue ich mich, als ich unten bin. Warte, warum können die darauf laufen und ich gehe hier unter? Fragen der Zeit. Ja, komm, weiter geht's. Ja, in der Brühe würde ich auch gerne sterben, ey. Da würde ich auch nicht gerne, nicht gerne, also, ah, da würde ich auch sterben, wenn ich reinspringe. Uh, ah, oh. Ah, mein PC-Rüben lag jetzt. Auch noch immer. Ah, cool. Ne, Hammer, 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 schnell! Weil ich ankrotzt war, ich habe ja gesehen, was die... Ne, aber die Idee. Bin ja schon wieder nicht sicher, aber... Nein! Das war nicht meine Idee. Wenn ihr euch das fragt, das war nicht meine Idee. Das war definitiv nicht meine Idee. Ich wollte da hier machen. Ne. Das ist ja ein falscher Weg. Ja. Ihr habt bestimmt hier 5 Millionen Typen. Ja, los, ich muss wieder anklicken. Und los, fängt jetzt hoch. Na, der Teile, der Teile, der Teile ist noch nicht. Aber seid nicht da. Okay. Nein?! Nein, 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 nein. das ist doch wirklich so schruder. Ey, ich könnte bestimmt... quinzig Parze machen Du bist groß oder was Ok, er ist groß. Aber ein Arschloch Mein großes Achtschuhl ist aufgerutscht. Hab ich das gemerkt? Komm her. Auf dich wartet Deutschland, Alter. Auch solche Typen warten... Nein. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich bin schon abgerutscht. Runter, komm schon! Oh, na, 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 na. Nicht abrutschen, ne? Das wollen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich mein toll, das Ding leuchtet. Und jetzt? Nein, ich mein nicht die Lampe. Ich mein... Ah. Na, ich weiß jetzt nicht, ob ich rumspriege, die man springen kann. Denn das ist ganz bestimmt nicht. Jetzt ist ein Kletter hoch.